In diesem Video geht es darum, welche grundsätzlichen Perspektiven es auf dieses Thema Klimawandel und Migration gibt und wie das auch in den Medien oder von unterschiedlichen Interessensgruppen aufgegriffen wird. Im Grunde genommen können wir vier große Perspektiven auf die Zusammenhänge zwischen Klimaumweltwandel und Migration unterscheiden. Das ist einmal natürlich der forschungsgeleitete Drang, Kausalitäten zu ergründen. Also wie verursacht Umweltwandel Migration und in geringerem Maße auch, welche Folgen hat denn tatsächliche Migration auf Prozesse des Umweltwandels. Auch dazu gibt es Forschungsarbeiten. Also Kausalität. Ein anderes wichtiges Thema betrifft Sicherheit und zwar das klassische Thema nationale Sicherheit. Welche Risiken bedeuten denn durch Klimawandel ausgelöste Migration für Staaten oder für staatliche Interessen? Dann gibt es das Thema menschliche Sicherheit. So könnte man das umreißen. Welche Risiken bedeuten denn Klimawandel und Migration für die betroffenen Menschen? Also für diejenigen, die tatsächlich migrieren, Migrantinnen und Migranten oder vertrieben sind und für diejenigen, die vielleicht zurückbleiben an den Herkunfts- oder Heimatorten. Und es gibt noch das Thema der Anpassung oder die Perspektive der Anpassung. Welche Funktion oder Bedeutung kann denn Migration auch für die Anpassung an den Klimawandel haben? Dazu kommen wir im nächsten Video noch mal genauer. Hier schauen wir jetzt mal auf das Thema Sicherheit ein bisschen drauf. Was wir feststellen ist, im medialen Umgang und dazu zähle ich jetzt auch die Publikationen von Studien, vor allem von Hilfsorganisationen, dominieren oft hydrologische Vokabeln, so könnte man das nennen, wenn von Umwelt- oder Klimamigranten geredet wird. Jetzt könnte man sagen, naja, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Oft ist Wasser ja einer der zentralen Mechanismen, über die das geht. Aber das hat noch eine ganz andere Bedeutung. Nehmen wir die Titel der großen Berichte. The human tide, also die menschliche Flut oder Groundswell, Flutwelle oder Waves, Wellen von Migranten. In dieser Hydrologisierung, könnte man sagen, von Migration sehen wir einmal eine Deindividualisierung. Wir sehen hier, wenn wir von der Flut reden, da sehen wir keine Individuen mehr mit jeweils ganz unterschiedlichen Migrationsentscheidungsprozessen, Historien, Bedürfnissen und Nöten vielleicht, sondern wir sehen die große Masse. Und in der Art der Vokabel, die da benutzt wird, findet auch in gewisser Weise eine Entmenschlichung statt. Sprich, wir haben hier eine Konstruktion von Bedrohungsszenarien oder Bedrohungsprozessen. Was muss ich tun, wenn da eine Flut kommt? Erstmal helfe ich ja nicht der Flut oder den Wasserteilchen. Ich muss mich abschotten. Ich muss was tun, um Sicherheit herzustellen gegen diese Bedrohung. Und das kann man auch so ein bisschen sogar der Weltbank vorwerfen. Warum muss ich diese Studie tatsächlich Ground Swell nennen? Es hätte eine diverse Auswahl von Themen gegeben. Ich bin gespannt, wie der nächste Titel lauten wird oder ob das dann einfach der Ground Swell 2 Report ist. Ein interessantes Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Dokumentarfilm Climate Refugees von Michael Nash. Das ist ein an sich sehenswerter Dokumentarfilm. Aber hier haben wir eine relativ starke Dominanz von dieser Sicherheitsperspektive. Dort gibt es Bilder von schier endlosen Menschenströmen, Geflüchtete oder auch Migranten mit Sicherheitskräften der UN im Vordergrund, mit Panzerwagen. Dort gibt es Karten mit zahlreichen riesigen Spitzen, roten Pfeilen, die auf ein Land zielen und es geradezu zu durchbohren scheinen. Es gibt Bilder von Geflüchteten im Boot mit Sicherheitskräften im Vordergrund, mit dem Gewehr im Anschlag. Aber auch Menschenmassen in der Stadt, Geflüchtete oder Demonstranten ist gar nicht ganz klar, von denen eigentlich nur bewaffnete Sicherheitskräfte uns trennen als Betrachter. Wir haben also in dieser, wie gesagt, an sich sehenswerten Dokumentation diese starke Dominanz von Sicherheitsperspektiven. Das äußert sich zum Beispiel auch in einem Zitat von John Kerry, sehr prominenter Vertreter, der sagt, Also die Bedrohung durch Flüchtlinge als Klimawandelfolge ist eine enorme Bedrohung der nationalen Sicherheit. Wir können also im Umgang von unterschiedlichen Akteuren mit diesem Thema, Klimawandel, Migration, eine Versicherheitlichung, eine Securitization des Themas feststellen. Es findet also eine Aufwertung dieser Perspektive nationale Sicherheit und Klimawandel und Flucht als Bedrohung statt. Auch wenn dahinter möglicherweise gut gemeinte Absichten stehen, sprich durch die Erzeugung von solchen Bedrohungsszenarien soll Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel und für die Bedeutung des Thema Klimawandels erzeugt werden. Das ist an sich ja erstmal in der Effekt wäre das gar nicht schlecht. Führt doch, dazu gibt es mittlerweile auch Studien, empirische Arbeiten, dass das Aufbauen von solchen Bedrohungsszenarien in der Klimapolitik sehr, sehr wenig bewirkt, aber zu Abschottungs- und Bedrohungsszenarien gegenüber Migranten und Flüchtlingen allgemein beiträgt. Worüber wir uns im Klaren sein müssen, wenn wir vor allem Überschriften lesen, was ja oft passiert, oder kurz zusammengefasste Medienartikel, die Erzeugung von und vor allem die Verwendung von Begriffen und von Zahlen, die ist fast immer in irgendeiner Weise interessensgeleitet und es lohnt sich, sich da mal genauer anzuschauen, wer verwendet eigentlich Begriffe wie, wer verwendet Zahlen wie und stellt die auch in welche Kontexte und Zusammenhänge. Vielen Dank.